Mein Name ist Kawai und an der Kamera steht Jochen, der garantiert als Musiker besser ist als als Kameramann. Und wir sind hier auf dem Melodiker im Trägerakustik-Festival mit ganz vielen tollen Künstlern. Eine sitzt da. Es ist eben auch kostenlos. Es geht bis Sonntag, wir gehen uns das mal angucken. Folgt mir, folgt dem kleinen Chinesen. Hier gibt eins auch Essen. Lecker George, oder? Da gibt es 1A-Shampoos. Hier ist das 1A-Line-Up. Und weiter geht's hoch. Hier natürlich Merchandising für die ganzen vielen Fanboys unter euch. Und hier ist go, so fast jetzt nicht. Wir werden mit den anderen Video, wenn sie für die fandetui. Untertitelung des ZDF für funk, 2017